Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde Secret Neighbor, natürlich Kapuz, Oshigo, Alex, Römer und Flocko mit dabei. Hallo! Hallo ihr Schmuggelbuggels, wenn die jetzt ready drücken, geht's los. Ready! Jetzt hören wir euch wieder nicht. Flocko! Schmuggelbuggel! Schmuggelbuggel, das ist der Pech, der Pech. Ah, jetzt ist Ruhe. Juhu, was trinken. Hallo? Ist das gruselig! Alex hat mir grade ins linke Ohr geflüstert, das war ein bisschen eklig. Hallo, Flocko! Was ist der Pech, Dalu? Dalu ist der Pech, ich bin der Mörder und du wirst gefehlt. Dalu ist der Mörder, hat sich also schon verraten. Dalu. Na gut. hat schon jemand einen schlüssel schlüssel hallo schlüssel sehr gut bist du böse oder tritt bringst du ihn weg oh das war ein gruseliger ton macht da jemand böse sachen schon wer ist das alex hast du was gefunden alex heute kapuze ist es habt ihr es gehört hört mich jemand ist noch jemand da hallo redet noch jemand mit mir hallo hallo kapuze das ist richtig du bist es doch dachte ich nein der hat mich gerade verfolgt ok alex ist es auch nicht der alex und kundern ist es nicht wer könnte es denn sein dann ist es dalu dalu oder flogge oder schigo oder kapuze ne du bist doch nicht oder ich bin es nicht du hast doch eben gesagt ich bin es nicht das stimmt aber ich war du kannst du still warst ne du bist hier ist eine banane ja ich bleibe mit dir hilf mir leute was los alex ich glaube oben in der garage war vorher du glaubst oben ja ich glaube es ist schigo oder 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 ich dachte es hat es nicht eben noch dalu verdacht ich brauche nur noch einen gelben flüge ja aber der ist auch so gewonnen wollen wir noch warten ahja lol wer war es jetzt man kann sachen auf dem kopf setzen helme echt ja ein topf ja genau hilft es einem dann hältst du ja dann wenn du abgeworfen wirst verlierst du den eimer ok ich mach direkt wieder ready auf gehts schigo war so unheimlich hat mich verfolgt mh ja oh ich bin ein killer oh ha 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 dalu ist killer dalu ist killer dalu ist killer hat er dann uns ausgehört oh scheiße was jetzt achso mir hat jemand was an den kopf geworfen ha 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 dalu macht dir die ganzen türen zu ist sehr verdächtig oh Jesus oh nein du machst die ganzen ja du brauchst keinen von uns richtig weil du uns alle fangen musst EU oh oh ja ja gelb rot und 2x blau noch ich bin ein bisschen das ist richtig Konnerl bei dir bleib ich ich bin ich fühle mich sicher ich weiß aber nicht ob ich dich bei mir haben will Konnerl ich beschütze dich Dann suchst du jetzt die Schlüssel und ich ziehle auf dich. Warte mal, warte mal, da hinten ist wer, dann wer kommt da, die Flocke kommt dann. Hallo Flocke. Die Flocke ist es auch. 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 Hallo girls. So würde die Flocke doch nie machen. Was brauchen wir denn Leute? Okay, die Flocke sucht aber auch gerade. Oh, oh, oh. Es wäre auch sehr verdächtig, wenn sie nicht suchen würde. Das würde der Börder natürlich niemals suchen. Hallo. Da. Oh nein. Loll, da ist eine Switch. Ich habe eine Switch. Ja? Hi. Schau mal Flocke. Schon gut. Ich hatte dazu, du stand gerade links neben mir und dein Ton kam vor den rechten, deswegen war ich gerade ein wenig. Achso. Du wärst nicht der, der du bist. Was? Hallo? Ja. Ja? Wo bist du? Wo bist du? Warum suchst du mich? Gott. Dieses eine Geräusch macht mich immer fettig. Ich glaube von den Schränken ist das. Aua. Wo bist du denn? Äh. Wieg, wieg. Wieg, wieg. Wieg, wieg. Wieg, wieg. Ha, ha, ha. Wieg, wieg. Äh. Wieg, nein? Blau und Gelb noch. 2 noch. Alex. Alex. Äh, alles gut. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Hallo, Flocke. Ah, komm schon. Nein. Habe ich doch gewusst. Vorsicht, Kapuze ist es, Flocke. Okay, ich habe den Schlüssel, ich habe den gelben. Ja, ich glaube, dann brauchen wir noch einen blauen. Danach. Gott, dieses Geräusch. Was? Ich dachte, das ist Kapuze. Ich bin hier oben und bin kein Kürbis, die Idioten. Hallo. Bist du dumm? Ich glaube, es sind zwei der Killer oder so. Nee, es ist ein anderer Kürbis. Ich sehe den Kürbis sogar. Okay. Komm her zu mir. Der Kürbis ist... Achso, nee, das sehe ich nicht. Hallo, was ist ein? Hier war ich ja noch nie gewesen. Warte. Alex, wo Alex ist es, Alex ist es, Alex ist es. Hä? Jetzt auf einmal Alex? Kapuze. Rette dich, wo bist du? Ah, Hilfe, die Tür ist offen. Alex hat mich an der Tür. Hilfe. Hilfe, ihr könnt flüchten. Ich habe aufgemacht. Oh, das war knapp. Du bist auch schon raus? Ja, ich habe mich so erschrocken. Ah! Scheiße. Ich habe dich verworfen. Ich habe dich verworfen. Wie kann ich dich eigentlich wieder ablegen? Ich will dich eigentlich ablegen gerade. Was? Oh, Mann. Die anderen waren nicht in Range, als ich gerufen habe. Voll fies. Mal sehen, ob sie sehen, dass die Tür offen ist. Sieh so. Nee, scheinbar nicht. Die Tür ist offen. Kommt schon. Leute, die Tür. Die Tür. Die Tür. Hast du ihn jetzt? Hallo. Da achtest du aber auch nicht drauf, ne? Ja. Aua. Ach, kommt schon, Leute. Leute, da achtest du nicht drauf, glaube ich. Okay, warte. Warte. Nee, kann ich nicht. Ja, schade. Christian, halt auf den Kopf. Geht schon. Flocka, sie hat trotzdem nicht gecheckt. Nee. Sie wollte nicht, bis er zur Tür geht. Nein. Geh weg. Ah, weil er down ist. Ja, weil er down ist. Oh, Leute. Er hat so viel abbekommen. Ich habe ihn getötet. Ja, komm. Jetzt geht doch nicht. Warum respawnst man ihn? Ich will wissen, wie lange er, ob er da rauskommt. Was ist das für ein Raum? Der hat nämlich keine Tür. Stimmt, dat. Das ist ein geheimer Raum. Okay. Das ist sozusagen, ich glaube, hat er jetzt verloren? Aber warum ist er nicht einfach Ende? Wo bin ich? Da hat er, da sind Knöpfe. Vielleicht hat er einen Respawn-Timer. Ja, stimmt, da sind Knöpfe, ne? Da sind Knöpfe. Ja, warte mal noch, warte mal. Ich habe hier gerade was ganz interessantes. Er muss erst mal das Ding aus der Hand legen. Oh, dafür sind die Regale da. Okay, ihr könnt rein gehen. Ja, ich habe was geguckt gerade. Ich war in den kurzen Raum gefangen. Ah, nee, das ist nur das eine. Das hat so so einen Doppel am... Nur das eine? Ob man das auch... Oh, das würde ich gleich versuchen. Alle waren tot. Waren alle tot? Noch eine Runde. MVP. Alle tot? Also man kann jetzt den Killer töten, sozusagen. Dann respawnt man. Ja, das ging auch vorher schon, aber so oft haben wir den noch nicht geworfen. Nee, okay. Ja, aber er ist tatsächlich vor mir geplatzt. Einfach so. Der Kürz ist fies an der Tür unten. Der böse Mörder. Komm, mach mal noch mal ready. Eine geht noch. Ready, ready, ready. Ich bin immer bereit. Ist noch nicht kaputt. Bei mir sind Kapuze, Alex, Shigo und Flocke nicht ready. Ja, selbst. Ich bin ready. Ich bin ready. Das hatte ich auch schon mal mit den Pien. Mir ist Shigo, Flocke und Alex. Nein, ihr müsst neu rein. Okay. Nein, nicht Oh Gott, damn it. Oh Gott. Lief geht. Hallo, Alex. Ah. Jetzt bin ich rausgeflogen, glaube ich. Oder? Geht's los? Und wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch mal raus. Wir müssen noch mal raus. Ha, wir haben gewonnen. Nice. Nice. Bam. Irgendeiner fehlt hier. Oh, Dalu fehlt. Äh, warte, jetzt müssen wir wieder zu Custom Game. Jetzt. Jetzt bin ich da. Nein, wir müssen noch neu sein. Ja. Aber ein anderes Spiel wahrscheinlich. TNT 1 oder sowas. Okay. Custom. Refresh. Äh. Welches auch immer jetzt das Richtige ist. Connect. Okay, war das Falsche? Okay. Okay, hier ist das Richtige. Sehr gut. Achso, nee, nicht Ready machen, wovon die alle drin sind. Ja. Okay. Genau, wir waren gerade genug Leute, um das Spiel zu starten. Ja. Deswegen geht's. So. Jetzt könnt ihr Ready machen, Herr Wurz. Ihr habt mir gar nicht gesagt, dass das Passwort... In der kleinen Runde war ich gerade der Killer. Ja, haben wir gesehen. Jetzt ist Dalu wieder der Killer. Ja, Dalu ist wieder der Killer. Anfangs-Gag. Kopfschmerzen, Bitch. Wo ist mein Stuhl? Anfangs-Gag. Da ist die Taschenlampe sogar ausgegangen, als du die auf den Kopf gefallen. Ja, ja. Kapuze, Kapuze, Kapuze. Hallo, Vlogge. Ja. Hallo, Vlogge. Wir müssen die Schlüsse suchen, Vlogge. Ich will in den geheimen Raum, wo Alex gerade war. Zeig mir den geheimen Raum. Jetzt höre ich keinem. Jetzt sind sie alle weg. Hallo? Oh, da ist noch jemand. Das will ich haben. Ja, es geht. Was? Was denn? Ich habe einen Hammer. Ich habe einen Hammer. Ich habe einen Hammer drin. Äh, Hupe. Wie, du bist im Auto. Wie geil ist das denn? Das ist geil, oder? Ich habe es nur gerade gesehen, dass man die... Ich bin in der Baden-Geräte hinfällt. Ich habe nur gesehen, dass man die Tür davon aufmachen kann. Okay, dann kann man auch mal hupen. Ich habe cappuze verloren. Das ist auch okay. Ich habe cappuze verloren. Kappuze ist weg. Hilfe. DALU! Zählt DALU! Es ist DALU! Ah Alex? Es scheint DALU zu sein. Ja, ich hab noch kein Schlüssel gefunden. Ich hab einen gelben schon eingesteckt, ja. Shit, 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 shit! Ich dachte, was ist los? Hast du mich reingelegt, du blöde Arsch? Eigentlich nicht. Ich hab noch ein bisschen reingemacht. Ich hatte... Echt? Ich seh nix! Warte, vielleicht kann ich nicht rauspacken. Mach mal! Okay, schnell hier mal weg. Rede mal, dann bin ich ungefähr zu dicht. Hallo! Oh! Oh! Ist das... Nein. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Kann man auch nicht machen? Haben wir bis jetzt... Ne, zwei Schuss. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Siehst du mich? Äh, ne. Ich hab nen Helm. Ne, was ist das? Also, wir sollten vielleicht nochmal neu finden. Oh nein. Hä? Was hab ich gemacht? Ich glaub, jetzt hinterlässt du Spuren. Oder? Äh, warte mal, ich hab... Ne, Dalu, komm mal kurz runter. Wo die Tür ist. Wir gucken mal ausgerutscht. Ja, ja. Rutsch mal, glaub mal das Wasser. Diese Flüssigkeit hier. Oh ja, das ist langsam. Ah ja, okay. Wir müssen neu machen. Ach, der Pus ist immer total geworden. Und selbst wenn ich euch alle kriegen würde, würden wir ja nur die Zeit ablaufen lassen. Wo... Wo ist er? Der kannste nicht hin. Der kannste nicht hin. Er ist... Ja, ihr könnt auch wieder... Der guckt Kapuße dazu. Wir sollten neu machen. Ja. Ja, ja. Okay. Okay. Gott, das Geräusch, wenn er bei einem steht, ey. Versuchen wir das komisch schneiden. Hilfe! Was macht das für eine Scheiße? Quatsch. So, wieder raus. Alter, die Musik ist jetzt die ganze Zeit da. So. Refresh. Letztes mit dem. Da. Wahrscheinlich das hier, oder? Ja. Ja. Oh, ich hab die ganze Zeit die Musik jetzt wegen dem Killer, weil der neben uns stand. Okay. Also ihr dürft nicht als Kind versuchen in den... Ich sag mal Traitor Raum zu gehen. Hallo, da ist die Creepy Energie. Okay. Hallo, was ist da in dem Traitor Raum? Da spawnt den Neighbor neu einfach. Aber hast du wirklich einen Raum da drin? Mhm. Mit Überwachungsmonitoren hast du gleich das zu. Oh. So, ich hoffe, dass die Musik bei mir gleich aufhört, wenn wir wieder im Spiel sind. Bestimmt, Kunal. Ja. Tut sie. Oh. Na? Nein, die Musik ist schon wieder. Kann der... Scheiße. Die wird ja sicher weggehen, wenn der Neighbor sich kurz verwandelt. Ja, ich... Kaput. Ich... Kann der Neighbor vielleicht mal sich alleine hinstellen und... sich verwandeln? Das wäre echt super. Vielleicht einfach mal kurz aufteilen. Ach, ich weiß nicht, ob er sich verwandelt hat, aber ich habe immer noch die Musik. Scheiße. Aaaaah. Bin ich... Okay, Hupe bringt an. Kann der Neighbor mich vielleicht mal fangen? Ich komme mal in den... In den Startraum. Ich verrate auch nichts. Neighbor in den Startraum. Bitte. Hallo. Herr Nachbar. Okay. Okay. Ich habe jetzt einfach die Musik leiser gemacht. Oh Gott. Alter. Geh weg. Ja, ich habe Musik jetzt leiser gemacht. Ich höre sie im Hintergrund zwar immer noch, aber... La 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 la. Äh, die Musik ist vor allem auch gar nicht nervig. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wollte mir die Person nicht helfen. Ich habe die Musik wieder zurück. Ich habe einen Satz auf den. Ich habe einen Satz auf den. Ich habe einen Satz auf den. Einen Satz auf den. Ja. Hast du die... Ne, du hast... Was hast du denn schon wieder? Dafür musst du nicht näher kommen, Kunrat. Oh Gott, da ist ein Loch. Ich weiß nicht, ob über mir ein Bananen oder ein gelber Schlüssel ist. Hier. Da. Ich bin leider ins Loch gefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Ich gehe auch weg. Ja. Jetzt bin ich in dieses blöde Loch gefallen da. Alex, ist es wieder? Irgendwer ruft hier um Hilfe. Alex, ist es. Alex, ist es? Okay. Ja. Dann können wir davon ausgehen, dass Kapuze schon tot ist. Ja, das wäre aber auch so. Gib mir eine Kiste. Danke. Oh, ich glaube, ich bin der Letzte. Sonst wären die Krähen nicht da. Ich lebe auch noch. Okay. Wir sind die Letzten. Und dann, wo bist du? Eventuell bin ich... beim... Ich höre Steps. Ja, er ist bei mir. Wo bist du? Oben, bei den Krähen war ich. Lebst du noch? Ja, noch lebe ich. Er läuft mir hinterher. Er hat mich... Nee, er hat mich nicht. Er hat mich abgeworfen. Er hat mich. Jetzt hat er mich unten im Raum. Bei der Tür. Hattest du den Schlüssel? Der Kudrat ist tot. Guck mal, die Shigo hat auch den Schlüssel. Aber er hat den falschen Schlüssel. Shigo hat den Schlüssel. Wir brauchen nur noch ein Game. Ich kann ihn werfen, ja. Nur noch Dalo liegt. Nur noch Dalo liegt. Wie sieht es aus, wie ein Krähen. Oh shit, die Dalo da liegt, dass ich in dem Raum war. Jetzt die Tauben nicht. Die Krähen nicht. Das kann sein, aber die kommen ja wieder. Sicher? Und Dalo hat so einen Helm auch. Ich muss zur Polizei. Ah, jetzt sind die Krähen wieder da. Da ist er. Ja. Die Tür fahr einfach gebogen. WTF? Die Tür. Wird mal rausgenommen, den Stuhl auch nicht schlecht. Die Krähe ist aber jetzt woanders. Ja, wie bei ihr. Das ist die Krähe. Ich glaube, Dalo checkt nicht, dass er alleine ist. Siehst du, er ruft nach dir. Er ruft nach mir. Er ruft die Polizei. Echt? Ja, ja. Ja, doch. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich muss Dalo mal angucken. Dalo zuschauen, ja. Topaffen. Wo bist denn du? Ich werfe dir dein teures Fenster ein. Wo ich darf, das geht ja tatsächlich. Ja. Ha, 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 ha. Ja, man hört doch bei, bei Shigo hört man doch auch im Hintergrund Dalo reden, oder? Ja, 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 ja. Oh, oh. Ah, lol. Sie ist eben im Haupter gegangen, und er auch. Igo! Ja, hallo. Ja, ja, hallo. Oh. Gatt, 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 gatt. Spannend. Ja, es ist doch die Krähen. Ja, es ist spannend. Aber was zeigt die Krähen? Wo willst du? Ja, dass da der Schlüssel irgendwo ist. Ja, aber wo? Achso, okay. In dem Raum. In dem Raum irgendwo, in dem Flur. Kann ja überall sein. Das ist ja auch nicht. Wo sie hat den Kindern die... Aber ich glaube, da könnte er schon nicht mehr sein. Das glaube ich nicht. Naja. Wollen wir den da oben einspielen kann? Wo willst du denn hin? Oh, da, 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 da. Talo muss weglaufen. Er redet gar nichts mehr. Ich war in einem anderen Raum, oder? Ich werde uns hier rausholen. Euch? Ich bin schon der dritten Person, ja? Die Frage ist, wo ist der Schlüssel? Ja. Sieht ihn einer von euch? Nee. Hinter der Couch, glaube ich, fast nicht. Hä? Der Raub ist gerade verschwunden, aber... Oh, da kommt er. Ich will das Ding hier schaffen. Gibt's den Schlüssel nur einmal? Also die Farbe? Ich denke es mir gerade, weil es immer wieder da ist. Nee. Der doofe gelbe Schlüssel. Was ist das für ein grelles Licht? Ich habe gerade gedacht, das wäre das Figo da hinten. Nee, nee, das war bei Ihnen schon so. Shigo läuft halt mit dem Radar rum. Also es wäre doch schneller, wenn Sie sich zurückverwandeln, oder? Ja. Zurückverwandeln und den Radar ausrüsten wäre doch besser. Wo ist sie denn? Hinter ihm. Hinter Dalu her. Wir sind nachgelaufen, ist gerade. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Die Bullinggrüner. Und er hat auch den Topf auf. Das kann nicht so schwer sein. Oh, oh. Hallo. Lauf. Komm rein, Feilaband. Delegatel. Da kommt der Murder. Oh, wow. Da drin ist sie auch ganz scheiße. Aber hat sie... Ah, okay. Das ist so doof. Das ist so doof, dass es kein Fallschaden gibt. Das ist echt ein bisschen OP, aus allen Fenstern rauszuspringen. Gut, aber hätte sie auch... Die Krähe ist jetzt woanders. Ja, da wo eh gerade. Die verarscht ihn voll, die Krähe. Komm schon. Hier habe ich zwei Schlüsse gefunden. Richtig Scheiße, wieder nicht. Die Krähe bringt einen Scheißdreck, die macht nichts. Allgemein, alle Schlüsse sind, egal ob die gefunden wurden oder nicht. Ja. Sind nur Spots. Ja, aber beim letzten Mal hat es aber gut funktioniert. Ja, vielleicht war es aber auch Zufall, dass das beim letzten Mal immer genau die Schlüsse waren. Lackert auf dem Tisch. Ja, der liegt auf dem Tisch hinter den Blumenkästen. Der liegt auf dem Tisch hinter den Blumenkästen. Hinter den Blumenkästen. Hinter den Blumenkästen. Ja. Shit. Den sieht er, glaube ich, nicht, oder? Ja, jetzt, ja, 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 ja. Na, da, genau, ja, 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 ja. Wo ich sehe ihn. Hinter der linken Blume, hinter der linken Blume. Echt? Eine bessere Lage verpassen. Kann er es von da sehen? Ja, von da kann er. Nee. Doch, doch, da. Aber er hat Ego-Perspektive, ne? Ja, klar. Ego, wo bist du? Hast du den Schlüssel? Scheiße, wenn er... Er soll nicht reden. So. Oh nein. Wie sie ausgewichen ist. Oh nein. Das war knapp. Boah. Oh. Okay, aber das ist auf jeden Fall der Schlüssel. Der letzte. Ach. Gut, aber das bringt ihm auch nichts mehr. Schau, wo er jetzt ist. Er hatte vorher so viele Chancen und hat sie nicht genutzt. Er hat sie halt nicht gefunden. Come here. Der Alokatel. Er muss verbarrikadieren. Dieser Kinderradar ist halt echt fast zu stark, finde ich. Nee. Ich finde... Wo ist hier der Schlüssel? Allgemeiner, der Killer, kriegt wenig Chance, wenn alle Kinder noch leben. Nur drei Minuten, ne? Die Schlüssel können so schnell gefunden werden. Hat er nicht gemochen? Doch. Der Topf um seinen Kopf ist... Ja, ja, der Helm auf. Ah. Der ist wohl das Spiel, hat das gar nicht sein. Oh nein. Oh nein. Da rechts sind noch Dinger und... Nee, das ist auch nicht. Sie kommt jetzt. Sie hat einen Schlüssel. Ja, den. Da. Echt? Das ist der Orange. Nein. Komm schon. Ja. Wow. 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 Richtig nice. Mein Gott. Richtig nice. Da haben wir uns den Schlüssel übersehen vorhin. Ich hab den... Jetzt kann auch sein, dass ich ihn nicht sehen konnte. Das hatte ich auch schon öfter. Nee, aber er war hinter der Blume, war er oben. Wer hat den denn da hingelegt? Keine Ahnung. Das Spiel. Hat den da hingelegt? Äh, was eine Runde. Mein Gott. Oh, war ein Haftisch. Schmeftig. Der Helmers berettet, ey. Lasst ein Like. Der schon auf jeden Fall wird sich der andere ein bisschen Noah zugeschaut. Tschüss. 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 Tschüss.